So jetzt also herzlich willkommen im zweiten teil dieses videos wir wollen jetzt diesen modell guss fertig machen das heißt als erstes beschäftigen wir uns mal mit der genabten platte dafür wählen wir wieder das und dann sagen wir einmal anwenden so das ist im bereich der übergänge zum sattel manchmal ihr seht schon dadurch dass das so kleine strukturen sind wird auch beim auftragen da eigentlich nicht viel mehr gemacht als geglättet hier würde ich jetzt noch mal ganz leicht mit glätten grüßen zu dürfen und bleibe bis dahin euer michael ciao ciao